Wir sind in die falsche Richtung unterwegs, Sir. Sollten wir nicht zurück zum Kampf? Es gibt noch genügend zu kämpfen, McTavish. Schön, dass Sie es aus Südamerika geschafft haben. Sie treffen sich mit der sechsten Flotte und führen den Gegenschlag an. Gefangener 627. Er ist der Grund dafür, dass Makarov durchgedreht ist. Aber wir können nicht zu ihm. Boarinseln, Sir? Die Russen verwenden sie als Raketenstellung. Die Arbeiter sind ihre menschlichen Schilde, also können wir nicht einfach die ganze Plattform hochjagen. Und die hier ist noch am schwächsten verteidigt. Männer, ich weiß, ich verlange hier viel von ihnen allen. Sie verteidigen sie, daher wollen wir sie. Besonders, wenn wir so an 627 rankommen. Jawohl, und damit willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty in Morlone, wo fährt 2 das Remaster. DDS, es kann losgehen. DDS Hangar geflutet, voller Druck. Einsatz beginnt. Gut. Also, auf geht's. Transport von Team 1 unterwegs. Es ist bestimmt auch überhaupt nicht kalt hier unten. Hotel 6 auf Kurs 019. Fischi. Fischi. US-E-Strellis setzt Team 2 ein. Treffpunkt am Ziel. Oh ja. Hotel 6 bei 20 Metern Diesel. So, da ist sie, die Plattform. Team 2 ist am Ziel. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie es nicht merken. Ich werde zwei Atom-U-Boote direkt an der Plattform vorbeifahren. Ah, gut. Schauen wir mal. Gucken wir mal, da ist der Erste. Okay. Spüren wir langsam dahin. Und top. Genau. So. Ich werde mal nie wiedersehen, mein Freund. So. Zwei Feinde erledigt, Sektion 1 Alpha. Rücke zur Sektion 2 vor. Roger, Hotel 6. Mit Thermalsicht. Schön. So. Wachsam bleiben, Leute. Geiseln an Sicherheit bringen. Sechs Stück haben wir. Beziehungsweise die haben sie. Kontakt beim Geländer. Feuererlaubnis erteilt. Schalldämpfer einsetzen. Jo. Alles in Achtung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Okay. Bin da. Und. Bam. Dich erledigen wir. Dich erledigen wir. Dich erledigen wir. Uh. Okay. Eins, zwei. Drei, vier. Sehr gut. Und ich auch irgendwie losbinden? Nee. Jawohl. So. Und dann können wir die Plattform hochjagen, oder? Das möchte ich. Jawohl. Wir passen schon auf. Feindliche Heli. Versteck mal. Der sieht uns schon nicht. Aber der Rest auf der Plattform wird doch garantiert die Explosion gehört haben, oder? Würde ich jetzt so denken. Hotel 6. Weitere Geiseln bei ihrer Position. Verstanden. Jawohl. Komm. Komm. Zack, 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 zack. Oh. Okay. Oh ja. Jetzt wissen sie, dass wir da sind. Oder? Vermutlich. Wir deponieren hier C4. Los. Jawohl. Ich deponiere. Zack. So. Kommen wir noch eins. Erhöhte Position beziehen. Wenn sie den Köder erreichen, schlagen wir zu. Jawohl. Komm. Kletter, kletter, kletter. Ich will da auch mit drauf. So. Da ist die Patrouille. Nicht schießen, bis sie näher sind. Ich denke, wir sollen gar nicht schießen, sondern erst. Genau. Lass die da reingehen. Schade. Ach so. Na gut, dann zünden wir einfach mal. Ah. Ach so. Ich dachte, wir sollen darauf warten, dass die reingehen. Na gut. Wir sollen schnell das Oberdeck einnehmen, damit die Marines schicken können. Bewegung. Jawohl. Machen wir. Ja, komm. Auf geht's. Genau. Schön aufrein. Sehr gut. Okay. Na gut. Wir behalten das Ding lieber nochmal. Hätten schon nochmal Lust auf eine Pumpgun, aber. Na los. No. Hotel 6, Team 2, evakuiert die Geisel von den unteren Decks. Sofort aufs Oberdeck vorrücken und die restlichen Geisel sichern. Over. Verstanden. Ich bin schon dabei. So. So. Komm. Du noch. Na, das gibt's doch nicht. da ist auch noch einer ja ich hoffe ich würde überall Okay, haben wir hier irgendwie eine Stinger oder sowas? Oh, warte mal, was war das? Ne. Ah, gucke mal, sieh an. Schweres Geschütz auf diesen Helikopter sofort. Bam. Gut geschossen, Rolsch. Jawohl, ich weiß. Wir müssen nach oben und alle weiteren Geiseln retten, bevor wir die Marines suchen. Spass 12. M1 Grenadier, genau. M4A1, Entschuldigung. So. Aufteilen und durch die Gänge hier ausschwärmen. Yo. Hallo. Na komm. Ja, ich seh'n schon. So, aber da sind noch mehr, genau. Du noch. Du noch kannst deine Granate behalten. Oh. 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 So, du gehst zu uns. Das ist auch irgendwo noch genau. Keine Ahnung, ob er noch lebt. Das werden wir gleich herausfinden. Na los. Die Geiseln retten sich nicht von selbst. Vielleicht nicht mehr. Vorwärts. So. Sie setzen Ruch ein. Ja. Ja. Wir haben Thermalo-Optik und können durch den Augen lehnen. Wir auch. Oh. 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 Okay. Kurz verstaufen. Nein. Ah. Verdammt. leuchtspur geschosse funktionieren beide richtungen das weiß ich aber warum das eine weisheit sein soll ich verstehe nicht so ganz und das zum thema uns voraus ja alles klar einfach mal der brechstangen taktik genau durch noch jemand ne oder jetzt habe ich jetzt habe ich gerade eine geisel als ich habe eine geisel erschossen dann noch mal das ganze noch jemand also ich würde mich hier nicht wohlfühlen werden abgesetzt und übernehmen die raketen stellungen team auf phase 2 der operation vorbereiten alle sprengstoff teams haben lande freigabe roger panischer hunter 22 hat verstanden panischer hier phoenix 1 1 2 15 sind unterwegs zu plan quadrat 257 2 2 1 erbinde status bericht überwachen und da wir müssen da irgendwie folgen so wenig 1 1 1 verstanden ende da kommst du wir sollen ja dir folgen und nicht andersrum ok Das heißt, wir fliegen wieder? Alle Raketenstellungen neutralisiert, alle Raketenstellungen wurden neutralisiert, Luftraum wieder sicher. Jawoll. Das heißt, wir sind hier auch erstmal wieder durch. Die Mission ist vorbei, dann benacke ich mich schonmal wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich morgen in der nächsten Mission wieder. Bis dann.